Viele sagen, ich soll mit Mero sowas machen. Mero singt auch gerne in seinen Insta-Stories. Und ich habe auch eine Insta-Story von Mero gesehen, wo er eine Koransuche mit nachgelesen hat. Mache ich auch sehr gerne. Also wir haben schon vieles gemeinsam mit dem Jungen. Und ich mag den Jungen wirklich. Ein süßer, effendier Junge. Hat auch auf unser Dings reagiert. Ich wünsche Ihnen alles Beste von ganzem Herzen. Wirklich perfekt. Ich finde, er hat das ja auch geteilt. Ja, vallah. So, Janja.